Es sah ja gar nicht so schlecht aus mit dem Markt. Er hat sich ein bisschen stabilisiert, der Abwärtsbewegung zumindest mal ein wenig eingeschränkt, aber so richtig der Durchbruch auf der Long-Seite, der mag einfach noch nicht gelingen, denn wir sehen beim Dow Jones Future hier, dass der Markt noch alles andere als wirklich Schwung nach oben hat. Im Gegenteil, das sieht alles noch sehr behäbig aus. Hier im Stundenschart beispielsweise beim Future und die CFDs, die dürften ähnlich aussehen, sehen wir, dass wir sehr, sehr zögerlich nach oben gehen. Das ist ein klassisch eben nicht aggressives Verhalten, nicht wirklich dynamisches, nicht impulsives Vorgehen hier nach oben. Im Gegenteil, er wackelt hier hin und her. Wir sehen, dass die Rücksetzer hier alle nochmal übereinstimmen. Das ist eigentlich so ein klassisches Zeichen dafür, dass der Wille noch nicht wirklich da ist, hier sich aus dem Fenster zu lehnen. Und wenn wir auf einem kurzen Chart, auf Minutenschart mal gucken, dann sehen wir, dass wir hier ganz klar die Schubrichtung immer noch nach unten haben und das Wackelige hier nach oben. Also es ist so ein ganz klassisches Bild. Das ist in vielen, vielen Ebenen hier immer wieder zu sehen. Man versucht es mit Schub nach unten, dann kommt es ein bisschen wackelig wieder nach oben. Also so richtig toll ist das nicht. Und wenn man hier mal genau hinguckt, man hat entweder so eine ABC-Kiste wieder und dann die Fortsetzung nach unten. ABC-Kiste und die Fortsetzung nach unten. Also wir sehen, dass es hier ganz, ganz regelmäßig nach dieser Fasson hier eben ist. Und hier hinten sieht man das ABC nicht ganz so deutlich. Müsste genauer hingucken. Aber man sieht zumindest mal, dass es hier so in dieser Range ziemlich wackelig vorgeht. Das heißt, keine Anzeichen bis jetzt. Nicht wirklich Anzeichen für die bullische Seite vor dem Wochenende. Also bleibt die Short-Seite weiter aktiv. Das heißt nicht, dass man bis zum Tagesende nochmal so ein bisschen was mitnimmt. Aber vorsichtig. Wer jetzt glaubt, aufgrund dessen jetzt übers Wochenende eine Long-Position halten zu müssen, da geht das Risiko ein, dass die aktuellen Dynamiken, die ganz klar eben noch hier nach unten zeigen, nach dem Wochenende den Markt dann doch wieder einholen. Dabei sah es beim DAX gar nicht so schlecht aus. Denn der hat zumindest mal hier im kleinen Bild immer noch die Schubseite nach oben gehabt. Und bis jetzt, kurz vor Ende, hier eben wackelig nach unten. Das ist eigentlich ein Hoffnungsschimmer. Allerdings wird er sich gegen den amerikanischen Markt durchsetzen? Wir werden es sehen. Aber auch wenn man hier ein bisschen genauer hinguckt, in der Übersicht hier auf dem Stundenchart ist der Index hier in Deutschland ganz klar ebenfalls. Er ist steigend, auch wenn es sehr seitlich aussieht. Aber es ist nun mal eine steigende Bewegung, denn das Tief war hier. Und es mag noch so harmlos aussehen. Es ist aber eine Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung ist allerdings nun alles andere als dynamisch. Wichtig ist bei solchen Überlegungen, einzelne Bereiche können natürlich dynamisch sein. Wir erinnern uns, eine typische Korrektur ist eine ABC. So sieht eine Korrektur aus. Die ist natürlich vorne und hinten dynamisch. Kein Wunder, dass es hier und hier dynamisch ist. Das beißt sich ja überhaupt nicht. Aber insgesamt ist es gut, wenn der Markt eben Vortrieb hat. Das heißt, wenn er sich mal entfernt. Das ist noch nicht komplett außerhalb der Chance. Es ist immer noch möglich, dass wir hier so eine 1, 2 und dann hier irgendwie sowas bekommen. Aber wie gesagt, der amerikanische Markt zeigt es im Moment nicht. Dann wage ich mich eigentlich auch nicht aus dem Fenster zu lehnen beim DAX. Jetzt vor dem Wochenende muss man sich da sowieso nicht positionieren. Hier nochmal im heimischen Index. Und wenn, dann natürlich immer nur mit Bestätigung. Das heißt, dass der Markt dann entsprechend die Ausbrüche macht. Das zieht sich natürlich durch die gesamten Indizes, also auch der S&P 500. Da sehen wir, dass wir hier ebenfalls so ein bisschen in dieser Aufwärts-Wackelkiste unterwegs sind. Also die Futures natürlich da einhellig hier in Amerika. Dementsprechend, wie gesagt, nicht der wirkliche Kaufdruck aktuell da. Das kann sich natürlich ändern. Idealerweise wäre das allerdings, wenn sich das ändert, wenn der Kurs hier nochmal einmal unten durchgegangen ist. Das hätte nämlich den Vorteil, dass wir ein echtes neues Tief hätten. Und dann kann der Kurs auch gerne wieder steigen. Wohlgemerkt kann. Das ist kein Versprechen, nur weil er hier drunter dippt, dass das dann auch sofort passiert. Aber aus der aktuellen Position ist das zumindest mal eine relativ schwache Situation, um dann eben auf die entsprechende Long-Seite da zu kommen. Gucken wir nochmal einmal auf Gold. Gold vor dem Wochenende auch noch nicht wirklich mit Stärke. Wir hatten ja diesen starken Abverkauf hier im 4-Stunden-Chart. Sehen wir das nochmal. Dann viel hin und her. Im Einzelnen mal Schub, wackelig, Schub. Okay. Allerdings spätestens nachdem der Markt hier wieder wackelig, auch hier in diese Zone wackelig reingelaufen ist, wissen wir, dass die Aufwärtsbewegung, die wir da jetzt im Moment haben, ebenfalls noch nicht der Burner ist, sondern eigentlich eher gegen den Strich geht. Und wenn die gegen den Strichbewegung nach oben geht, dann ist offensichtlich wohl mit dem Strich das, was nach unten geht. Also eigentlich hätten wir da auch noch mehr zu erwarten. Wenn ich mir was wünschen darf, hätte ich es allerdings schon noch lieber, dass wir nochmal ein bisschen nach oben gehen. Also von mir aus diese Trendkanalkiste, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Dafür spricht auch so ein bisschen, dass wir hier zumindest mal im kleinen Bild nochmal so eine Dynamik nach oben haben. Und hier bin ich mir noch nicht so 100% sicher. Also wenn man hier wirklich aktiv sein will, lieber nochmal abwarten, dass der Kurs hier irgendwie sowas macht, das ist allemal sinnvoller, hier nicht sofort reinzugehen, denn das Risiko hier gegen den Markt zu schwimmen ist relativ groß. Mit Bestätigung allerdings kann man sich den einen oder anderen Ärger da sparen. Aber wichtig wäre dafür, dass der Markt auch wirklich mit dem Schub nach oben kommt. Denn es sieht zwar wackelig aus hier auf dem Weg nach unten, allerdings wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man schon, dass diese Gegenbewegung, hier hat man eine Gegenbewegung und hier hatten wir eine, dass die aber überlappungsfrei ist. Und wenn es nur ein Millimeter ist, aber sie ist überlappungsfrei. Und deshalb wage ich mich hier nicht aus dem Fenster zu lehnen, dass das eine Korrektur ist. Es ist vielleicht nicht der Burner, aber es ist zumindest mal keine Korrektur. Also es wäre auch noch eine Fortsetzung nach unten sinnvoll. Deshalb ganz entscheidend, wackelt es nach oben? Alles gut. Dann können wir sagen, das, was wir hier haben, das setzt sich mindestens nochmal hier nach unten hin fort. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Allerdings bekommen wir auch nur annähernd etwas mit Schub hier. Irgendwas, was so ähnlich aussieht wie das. Das muss nicht mal so lang sein. Wir können da auch auf fünf Minuten dann runtergehen und irgendwas Wackeliges dagegen runter. Dann kann man hier am heutigen Feierabend vor dem Wochenende nochmal da die Longseite mit aufspringen. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Idee. So, ich hoffe, dass das ein bisschen Anreiz war, was man alles tun kann, worauf man aktuell gucken sollte. Ich drücke die Daumen, dass der Feierabend hier heute vor dem Wochenende nochmal einmal richtig rein, also zumindest mal erfolgreich ist, sagen wir es mal so, und dass wir dann in der nächsten Woche in ganzer Ruhe mal endlich wieder ein bisschen eine Stärke wieder aufbauen. Selbst wenn man bärisch eingestellt ist, wäre eine Korrektur nach oben nicht die schlechteste Idee. In diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.